Heute würde ich gerne einfach mal im Intro lachen. Ja, toll. Was geht, meine Freunde? Was geht? Und herzlich willkommen wieder zu einem Late-Night-Take aus dem Ufo. Es ist gerade halb eins und ich möchte euch jetzt ganz kurz noch ein paar Worte, bevor ihr dieses Video jetzt seht, sagen. Das ist jetzt der zweite nette Trailer zu Minecraft Empire, der noch wieder die Voice von Grid6 Pictures gemacht hat. Checkt sie auf jeden Fall mal ab. Sie sind ganz, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Sie haben es echt verdient. Die haben da echt eine wahnsinnige Arbeit rein investiert. Ich finde, das Endprodukt ist einfach mega, mega krank geworden, Leute. Mir gefällt es einfach richtig, richtig gut. Ganz kurz noch mal vorab zu Minecraft Empire. Ich habe ja bereits in dem Video gesagt, dass es quasi eine kleine Geschichte gibt in diesem ganzen Projekt. Wir beginnen quasi in relativ früher Zeit und enden sicherlich irgendwann mal in relativ später Zeit. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen und der Rest ist quasi komplett eurer Fantasie überlassen. Das Projekt beginnt Ende des Monats. Den genauen Starttermin werden wir im Laufe der nächsten Woche bekannt geben. Ebenso verhält es sich für alle Teilnehmer, die mit dabei sind. Leute, ich wünsche euch jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß mit diesem Trailer. Wie gesagt, ich entschuldige mich noch mal ganz kurz hier vorab, dass heute kein zweites Video kommt, sondern halt nur dieser Trailer. Denn ich bin zu dem Zeitpunkt, wo ihr quasi genau dieses Video seht gerade in Berlin und habe quasi Stress bis hier oben. Deshalb, wie gesagt, entschuldige ich das. Aber ich glaube, dass dieser Trailer ein echt guter Ersatz ist. Ich gehe jetzt nach Hause, ich höre es an meiner Stimme, ich muss dringend schlafen und ich würde sagen, viel, viel Spaß mit diesem Trailer, meine Freunde. Danke für euren Support und wie gesagt, checkt auf jeden Fall die Boys von Grid6Picture ab. Macht's gut, haut da rein, schönen Tag noch. Auf Wiedersehen, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.